So, ich habe hier schon mal mit dem letzten Bauteil angefangen. Wir brauchen jetzt hier praktisch einen Zapfen, der dann genau in die Nut passt. Und das sind hier praktisch zwei Stufen, die wir hier anführen müssen. Wir gehen hier also wieder auf Ausschnitt, wählen hier die Oberfläche aus. Das Ganze bewegt sich in 2D. Dann haben wir hier wieder ein Rechteck. Diesmal sagen wir hier, verbinden von zwei Seiten her. Jetzt haben wir also diese Seite und diese Seite mit dem Bauteil unten verbunden. Und jetzt brauchen wir nur noch zwei Maße. Einmal hier 20 und 10 steht das Ganze heraus. Die Skizze schließen und dann über die ganze Materialstärke, jetzt gebe ich es mal ein, 10, rausschneiden. Fertigstellen und das Gleiche nochmal. Wieder das Rechteck, kleines Rechteck aufziehen. Verbinden. Diese Linie dieser Kante, diese Linie dieser Kante und dann das entsprechende Abmaß. 10 und 20 eingeben, die Skizze schließen und dann entsprechend hier rausschneiden. So, so sieht das Bauteil fertig aus. Man kann jetzt unter der Ansicht, kann man noch verschiedene Ansichten eingeben. Hier nur das Gitter, dann hier noch die verdeckten Kanten dazu. Hier den Vollkörper und hier kann man nochmal die Kanten hervorheben, damit hier in diesem Bereich sich das besser. Hier sieht man es leider nicht so deutlich, aber hier mit dieser Einstellung mit sichtbaren Kanten hebt sich das hier deutlich ab. Gut, dieses Bauteil müssen wir kein zweites Mal konstruieren, weil die beiden Seitenwände sind immer doppelt da und jetzt geht es an den Zusammenbau. Das ist ein bisschen so deutlich, dass die Kante und 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 die Kante.